Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Dark Parables 15. Wir haben jetzt hier unten das Emblem endlich bekommen und dann können wir das jetzt einsetzen. Sozialen suche ich schon nach dem Schwefelholzmädchen. Wenn nicht die Gerüchte stimmen, dann hat sie die Kraft, unseren Vater wiederzubeleben. Okay. Ich brauche Licht, sonst kann ich den Wagen nicht durchsuchen. Okay. Ein Seil und ein Herz. Herz brauchten wir hier eins. Und Seil weiß ich nicht, aber hier brauchten wir für einen Meißel. Für den Juwel. Da ist nur Gewalt. Ich habe aber keinen Hammer oder sowas. Dann müssen wir ein andermal wiederkommen. Gut, dann gehen wir weiter zur Sterngasse. Okay. Okay, ich habe jetzt nichts anderes. Niemand weiß, wo die Waldhexe herkam. Sie war eine gute Frau, die den Leuten geholfen hat. Okay. Ja, ist doch gut. Dann gehen wir mal zurück, weil wir jetzt einen Holzhamm haben, können wir hier das Porzelangesicht einschlagen. Und dann können wir dem Löwen ein Auge wiedergeben. Dann gehen wir mal zurück. Wir müssen nochmal hier hin. Und zwar haben wir jetzt den Knopf und haben einen goldenen Apfel. Den können wir hier einsetzen. Hier können wir das einsetzen. Dann fehlt uns nur noch ein Püppchen oder sowas in der Art. Sonst scheint hier vorerst nichts mehr zu sein. Dann gehen wir mal zurück und schauen uns weiter um. König Oberon, der Grausame, sein Volk hungerte, doch er erhöhte die Steuern, um sich neue Kleider leisten zu können. Oh, furchtbar. Ein Zahnrad, okay. Hier fehlt auch noch etwas, was wir nicht haben. Kommen wir hier vorerst auch nicht weiter. Aber wir haben das Zahnrad, was wir hier einsetzen können. Dann haben wir eine Musikwalze, wo auch immer wir das einsetzen können. Hier ist auf jeden Fall noch eine Aufgabe. Ah, okay. Gut, dann haben wir jetzt auch unser Licht, damit wir den Wagen durchsuchen können. Eine Spieluhr. Nur noch ein Teil und dann sind wir schon fertig. Wähle den Mittleren Kopf aus, um das richtige Tier auszuwählen. Mit dem rechten Knopf kannst du das passende Symbol auswählen. Um, okay. 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 Das passiert also mit Hexen, wenn wir ihnen helfen. Gut, Zugbrückenmedaillon, ja super, dass wir jetzt nicht mehr hier durchkommen. Gehen wir das mal hier wieder zur Sterngasse weiter. Boah, das habe ich ja gar nicht gesehen. Der Schleifstein fehlt. Jetzt habe ich eine geschliffene Axt. Gehen wir mal bei der Alten rein an die Wurzel. Das ist ja was. Gehen wir mal bei der Alten. Ich bin der Hackfleischhackern, der Hacker. Geh weg. Was mache ich jetzt mit der Alten? Achso. Okay, tschüss. So schnell sind Probleme beseitigt. Gehen wir mal bei der Alten. Gehen wir mal bei der Alten. Gehen wir mal bei der Alten. Wenn du die Alten findest, dann erzähle ich dir alles, was du wissen willst. Oh, das wollte ich nicht. Oh, das war aber ein Zufall. Gehen wir mal bei der Alten. Gehen wir mal bei der Alten. Achso, das ist richtig. Okay. Oh Gott, sobald die richtig sind, habe ich die Arschkarte. Ne, okay, gut. Es sind nur ein paar festen. Nicht alle. Gehen wir mal bei der Alten. Achso, das geht auch. Oh, okay. Nur manchmal ein bisschen los. Gehen wir mal bei der Alten. Okay. Okay. Ahaha. Man sagt einer Sternschnuppe ist das Zeichen sterbender Seel. Ich könnte diese Sterne sammeln und in meinen Garten bringen. Warum? Warum? Why? Drachenauge. Was will ich mit einem Drachenauge? Da, wie war ich mit einem Drachenauge? Aha, unauffälliger geht's nicht. Okay, 10 nach 10. Finde die aufgeführten Symbole mit dem Teleskop, mit dem roten Pfeil kannst du schwenken und mit grünen Knöpfen kannst du es fokussieren. Okay, 10 nach 10. Okay, 10 nach 10. Oh, das war nicht das. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020